Schaut die Legende der drei Caballeros im Disney Channel. Willkommen Caballeros! Bei Mount Rushmore! Das hatte ich mir anders vorgestellt. Vielleicht sieht es von draußen besser aus. Hallo! George Washington! Ja, aber ich mag es, wenn man mich GGW nennt. General George Washington? Geist George Washington! Oh, eine Beförderung. Mr. President, wir verfolgen einen bösen Hexenmeister. Haben Sie ihn gesehen? Ich will euch nichts vormachen. Nein, aber ich glaube, ich weiß, worauf er aus ist. Verrückt mir durch meine Nasennebenhöhle. Was ist das für ein Ort? Ein Museum? Oh, ihr habt es bemerkt. Tja, weil ich hier unten jede Menge Zeit habe, habe ich damit begonnen, die Geschichte der Vereinigten Staaten in meinem Nasenvorhof aufzuarbeiten. Das bin ich als Junge, wie ich einen Kirschbaum fälle. Und das bin ich, wie ich den Dellewehr überquere. Und hier unterzeichne ich eine Präsidentschaftsdeklaration. Hier steht ein Mann im Mittelpunkt. Und hier ist die liebe Martha, ein Tribut an mein Eheweib. Sie ist noch nicht ganz fertig. Der Schnabel ist nicht ganz perfekt. Mr. President, was sucht Fedrich hier? Es kann nur um eine Sache gehen. Den Funken des Lebens. Was für ein Funke? Der Funke des Lebens hat die Macht, jedes Objekt zu beleben. Im alten China nutzte Kaiser Qin Shi Huang ihn, um seine Terrakotta-Armee zu beleben. Nachdem die Armee besiegt war, gründeten die originalen drei Caballeros die Geheimgesellschaft des Funken. Was sagt man dazu? Sie war so geheim, dass nicht mal wir davon wussten. Insgeheim wollte ich schon immer in einer Geheimgesellschaft sein. So richtig geheim. Unglücklicherweise gingen die Caballeros auf andere Abenteuer und kehrten nie wieder zurück. Ohne Führung und wegen zu vieler säumiger Mitgliederbeiträge löste sich die Gesellschaft auf. Und sie vergruben den Funken in einem Berg, der irgendwann zu meinem Kopf wurde. Und hier ist er sicher verboten in meinem Präsidentenbüro. Was? Seid gegrüßt, ihr Narren. Ihr kommt zu spät. Ich habe bereits den Funke des Lebens. Und wir benutzen ihn jetzt, um euch zu vernichten. Uff, und mit wir meine ich mich. Denn eins ist ja klar, es gibt nur einen von uns. Erwacht, Washingtons Erinnerungen! Oh je, das ist ein sehr gefährlicher Präsidentsfall. Ich habe 200 Jahre gewartet, um das zu sagen. Naaah! Jaaah! Jaaah! Untertitelung des ZDF für funk, 2017